Welche Aufgabe hat das Betriebsverfassungsgesetz? Nun, das Betriebsverfassungsgesetz regelt, das was ein Gesetz tut, regelt, schauen wir uns die Inhalte an, die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb. Und diese Mitbestimmung ist in gewisser Weise indirekt und zwar über den Betriebsrat, so dass man auch sagen kann, das Gesetz regelt die Zusammenarbeit von Betriebsrat und Unternehmen oder man kann auch sagen Geschäftsführung. Ja, die Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Betriebsrat wird im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. So könnte man die Frage auch beantworten. Wollen Sie lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.